hallo und herzlich willkommen hier zwar in der folge bei cattle und cops ja wir haben jetzt die letzte über der body macht zum feld fahren und schauen was da so los ist wir haben unser geräten abhängen dass wir nicht mitfahren wenn wir uns auch noch unterhängen müssen nichts zu sehen dann steigen wir ein und v und zug maul abkoppeln ab ist der bursche dann mal los fahren wir zu unseren feldern wir haben aktuell leichte minusgrade das wollen wir nicht weil der boden nichts aufnehmen kann und die pflanzen ja auch nicht wachsen also wäre das jetzt im prinzip jetzt unnötige sachen die man nicht machen muss ist meineswissens auch nicht erlaubt den logischen grund das halb keinen dünger ausgewaschen werden soll und schlimmstenfalls in die trat umgewandelt wird und dann ja ein grundwasser einzigert und deswegen brauchen plus gerade damit die pflanzen ist aufwachsen und aufnehmen kann so recht links ist gut und rechts bezahlt versicherung ok ja die bäume sind karl aber wie gesagt kein schnee die wiesen sind auch entsprechend doch etwas zu sehen also das gras ist halt vorhanden wenn man kein gras mähtern ist halt nur was waren ja unsere k.i. bauern die machen nix ob das so gut ist mission technisch weiß ich nicht so da sind wir also sehen wir schon das gut gewachsen bin da schon sehr zufrieden hier kraft ist ungünstig auch da wo die spuren sind naja kann man so nicht mehr gerne und hier wie gesagt ist ganz gut versorgt mit dünge und gegenüber da geht auch wie gesagt jetzt kann man nicht machen sollte man nicht machen jetzt bringt ja nichts mehr wenn wir zum beispiel dünge geben würden das wäre ja bei leicht unter null um dreiviertel elf wahrscheinlich böden gefroren ne tja dann fahren wir eine erdenrunde richtung lohne nehmen wir gucken da mal gucken was da los ist im lohne und dann wird es ja zurückgefahren zum hof die tage halten wir brücken ne 60 tage oder so jetzt haben wir ja ja mehr oder weniger januar 30 tage 28 wenn die grad schaltjahr ist schaltjahr ist ja und dann märz märz ist abhängig es kann unter umständen auch noch kalt sein es kann auch schon fröhlich saft sein ne ich bin mit einer kamera etwas muss ich mal ganz kurz korrigieren nämlich oder baum haben wir nicht gebremst vor ja so ist besser ja der lohne ist hier vorne links aber wie gesagt ich weiß nicht genau wie und wo oder ob er gerätschaften hat hier hat er dünger und flüsseldünger sicherlich die hallen sind leer beim szenario da war es ja immer so dass irgendwas los war hatte er immer die guten geräte gehabt drescher und so hieß werkschaft sicherlich oh geht sogar auf ja ich kann mal zwei mal reparieren lassen und da vorne ist auch nochmal säcke wahrscheinlich sagt gut nun 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 wir wollen aber nicht wenn du mir einsperrst hier und hier hat er die werkstatt einige fässer rumstehen spinnt einen clown haben wir von 70 so die säge brecheisen verschrauben sicher ja halt kleinigkeiten die geht nicht auf ja hier ist dünger und so ein zeug alles sagt gut fahr mal zurück ja das wollte ich auch mal zeigen hier ist ein haus privates hat er einen pool ne fahrtplatz ein großer wenn der im pool hätte machen wir es verkehrt denn ich habe keinen pool hat er aber auch nicht immer eh bist du zu hause spiegelt sich alles was anderes na gut egal macht ja nichts und hier immer zu hause wie so ein haus hinter mir ist keine wie so ein haus na gut keiner da das ist halt so ne dann geht es richtung Hof hier könnte man aufwaschen oh nicht schlecht müssen wir jetzt aber nicht so ah geht es mal an unseren bekannten weg zurück eben kennen bin da ein bisschen äh verfahren mich hier öfters mal hoffe das eines tages mal besser ist ne die Temperaturen sind nicht verändert jetzt so so jetzt die leistung geht das passt schon spiegel haben wir auch ob die richtig eingestellt sind rechts kommt sogar schnee oder so nebel weiß es nicht gibt das hier sowas auch wie wachstum muss ich mal gucken ne das ist nur ein spiegel ja so wie bei LS wo nebel drin ist das ist ein spiegel ja gut aber wie gesagt ich hab mal gehört dass Schnee noch nicht rund da sein soll ja gut ist halt so ne Schlitten fahren können wir mal woanders über jetzt ja ich wollte ja erst die Felder am Hof kaufen ne aber ich hab's irgendwie nicht gemacht in mir konnte ich nicht oder durfte nicht ich glaub das ein Feld musste ich erstmal ansehen mit Hafen haben Hafen haben wir schon ein bisschen ansehen aber das reicht noch nicht 50 haben wir da ja äh da kommt man durch verkaufen ne und wir verkaufen sind ja noch nichts mehr wir haben auch nichts mehr wir haben auch nichts mehr so da sind wir da aber ist denn da schönes wir fahren mal vorwärts rein kann sein dass wir im verkehrttakt und einsteigen gut bremse und ausschalten und ausschalten Scheibenwischer vorne und aus aussteigen so gehen wir wieder raus jo was ist denn da schönes naja maus oder sowas ne zu sehen war fast nichts so Uhrzeit 10 Uhr 50 naja aber die Zeit haben wir noch nicht geschafft wollte ich auch nicht schlafen wir einfach durch und begrüßen dann nachher den Frühling ja 10 Uhr 50 ist gut trafen wir ne da geh rein in die Scheune Mietze ich muss schlafen und dauert es halt so lange 19.2 gar nicht geschaut wegen wann März ungefähr aber mit der Märze das passt schon so wir haben jetzt plus vier grad wachstum beginnt um die sondernacht ja das soll es auch schon für heute gewesen sein dann hängen wir mal die Maschinen an das schaffen wir heute noch eben dachte ja das platten so so sie hundern her das was ist sehr du genau her ja dass du ist knapp daneben du ja so eben ein lenkrad das lenkt sich ein bisschen besser wie mit der das natur nicht zu schnell so anhängen das soll es auch schon freude gewesen sein sagen wir schönen dank fürs reinschauen ja ein bisschen kürzer als sonst aber ein bisschen anders winter ist nichts zu tun morgen heißt es düngen wahrscheinlich mal schauen tschüss tschau noch ein dickes Dankeschön fürs reinschauen ja vielleicht sehen wir uns mal wieder beim düngen hier bei Kärn und Kopf tschüss noch ein dickes Dankeschön fürs reinschauen tschüss